Was ist die islamistische Fraktionen? Wir haben royalistische Bewegungen und Parteien, wir haben nationalbürgerliche Parteien, wir haben nationalreligiöse Parteien. Die wurden alle zu Beginn der Revolution vernichtet. Und die sind aber potenziell und historisch noch da. Sie wären auch eine politische Alternative für den Iran. Und sie würden tatsächlich die Reformierbarkeit, einen reformierten Iran darstellen. Sie sind aber verboten. Und die Diktatur wird es nicht erlauben, dass diese Kräfte wieder an die Macht kommen oder sich überhaupt an einem Staat beteiligen. Das ist für mich der Beweis dafür, dass sie einen Monopol, einen totalitären Machtanspruch haben, einen Monopolanspruch haben, den sie nicht abgeben wollen und können. In Bezug auf die Bahais haben wir nun einen religiösen Aspekt. Das andere war ein politischer Aspekt. Und jetzt kommt ein religiöser Aspekt. Die Islamisten gehen auch wieder von einem absoluten Anspruch aus, dass nach dem Propheten Mohammed kein weiterer Gottesoffenbarer oder Prophet gekommen ist, der ein Religionsstifter gekommen ist. Das schließen sie aus. Und man kann das ja ausschließen als ein gläubiger Muslim. Aber sie gehen als staatliche Macht eben so dagegen vor, dass sie die gesamte gesellschaftliche Struktur, die administrative Struktur dieser Gemeinden zerstört haben. Und dabei sind auch langsam, die versuchen zumindest, diese Gemeinden entweder ins Exil zu verjagen oder so einzuschüchtern, dass sie gar nicht mehr tatsächlich langfristig existieren können. Verbindliche Fatfas, auch in der Form, gibt es nur in Bezug auf zum Beispiel diesen Sänger Najafi. Das, was Khamenei in Bezug auf die Atombombe gesagt hat, erinnert mich nur an die Aussagen von Khamenei vor der Revolution und nach der Revolution, dass wir auch eine Demokratie haben, dass wir auch eine Gleichberechtigung haben. Und dabei haben sie alle Demokraten vernichtet, die Frauen verschleiert und eine geschlechtsspezifische Apartheid eingeführt. Das sind politische Aussagen, die Khamenei gemacht hat, die keineswegs mit einer Fatfa zu verwechseln sind, zumal Fatfas eine Definition haben. Khomeini hat in seinem Buch ganz klar definiert, wenn eine Fatfa nicht ausdrücklich als Fatfa festgeschrieben ist, und der gläubige Muslim nicht davon ausgehen kann, dass das tatsächlich ein Fatfa ist, was der Ayatollah oder Kleriker behauptet, dann braucht er diesem Spruch gar nicht zu folgen. Das ist quasi, da haben sich die, in der religiösen Rechtsprechung, haben sich die Kleriker schon in den ganzen Jahrhunderten abgesichert, was als Gesetz gilt und was man so auch mal daherreden kann. In Bezug auf die Atombombe war es kein Fatfa, sonst wäre es auch schriftlich in der Liste der Fatfas aufgelistet worden. Khamenei hat eine Liste von Fatfas, da wäre es festgehalten worden. Nein, ich begehe davon aus, dass es kein Fatfa ist, das ist bestenfalls eben ein moralischer Anspruch, aber wir wissen, was in den letzten 30 Jahren von Moral der Islamischen Republik zu halten ist, wenn sie von Demokratie gesprochen haben, haben sie die Demokraten vernichtet, wenn sie von Gleichberechtigung der Frauen gesprochen haben, haben sie die Frauen versklavt, wenn sie von Religionsfreiheit gesprochen haben, haben sie die religiösen Minderheiten unterdrückt.